Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir meine persönliche Champions-League-Prognose für das Halbfinal-Hinspiel geben möchte. Und es sind wirklich wieder hochkarätige Mannschaften dabei, also wirklich sehr, sehr starke Mannschaften. Eigentlich kein richtiger Überraschungsgast hier im Halbfinale, sondern wirklich alles wirklich Top-Mannschaften im europäischen und internationalen Fußball. Real Madrid gegen Chelsea am Dienstag und am Mittwoch dann noch PSG gegen Man City. Also wirklich mal Mannschaften, die wirklich sehr, sehr hochkarätig sind. Leider keine deutsche Beteiligung mehr. Wir haben es ja gesehen, im Viertelfinale ist dann noch Dortmund rausgeflogen. Es waren jetzt keine so hochkarätigen Spiele mehr im Viertelfinale. Ja, letztendlich Liverpool gegen Real Madrid zum Beispiel nur 0-0. Man City hat wieder eins kassiert gegen Dortmund, Chelsea hat verloren. Ja, gut, abhaken und weiterschauen jetzt ins Halbfinale. Da wird es wieder, glaube ich, richtig, richtig spannend, gerade im Hinspiel, wo die beiden Mannschaften sich ja noch nicht direkt duelliert haben. Und von daher quasi alles offen ist. Und ja, da bei Real Madrid gegen Chelsea, glaube ich persönlich, dass Real Madrid gewinnen wird sogar. Chelsea hat jetzt im Viertelfinale zwar schon eine gute Figur gemacht, aber wie gesagt, also jetzt nicht wirklich hochgewonnen und dann eben auch noch im Rückspiel verloren. Real Madrid, gut, die haben auch nur 0-0 gespielt gegen Liverpool. Trotzdem glaube ich, dass Real Madrid, wenn denn ja möglichst viele von den Topstars spielen können, eben auch hier gewinnen werden kann. Und Chelsea vielleicht dann auch durchaus schlagen kann. Insgesamt über 2,5 Tore, glaube ich. Beide Mannschaften sehr, sehr offensiv stark. Chelsea ja auch mit unseren deutschen, ja, Angriffs-Duo Werner und Havertz sehr, sehr stark unterwegs. Aber ich glaube, Real Madrid generell die komplettere Mannschaft und wird dann dementsprechend auch gewinnen können. Es wird sicherlich ein torreiches Spiel, wie ich denke. Und in dem Fall dann auch Real Madrid quasi mit dem etwas längeren Atem, vielleicht auch mit einem Stück mehr Erfahrung, weil sie ja doch schon öfters die Champions League gewonnen haben. Und in dem Fall dann auch hier ein bisschen mehr Erfahrung mit reinbringen können. Wer kommt weiter? Ich glaube tatsächlich dann auch Real Madrid. Also insgesamt bei Hin- und Rückspiel zusammengenommen, glaube ich, dass Real Madrid die besseren Chancen hat. Wie gesagt, Chelsea hat mir auch gut gefallen in den letzten Champions-League-Spielen, aber grundsätzlich glaube ich, dass Real Madrid da doch ein bisschen stärker unterwegs ist. Die erste Halbzeit könnte durchaus auch sein, dass da Real Madrid gleich am Anfang ein Torfeuerwerk zündet, beziehungsweise gleich offensiv dran stürmt und Glück hat, vielleicht den einen oder anderen Ball unterzubringen im Tor. Und von daher glaube ich auch hier, dass es durchaus realistisch ist, dass man zum Beispiel hier auf ein 2 zu 1 tippt. Wie gesagt, also eine ganz weiße Weste, glaube ich, nicht, dass Real Madrid halten wird gegen Chelsea, die ja doch sehr, sehr stark in der Offensive sind. Und was man hier aber auf jeden Fall immer machen kann, wie ich finde, ist diese Absicherung mit dieser Halbzeit-Endstandwette, wo man sagt, dass eben die eine Mannschaft in der ersten Halbzeit gewinnt, also quasi in Führung geht und dann aber das gesamte Spiel an die andere Mannschaft geht. Tolle Quote mit 30- und 40er-Quote, ist natürlich sicherlich nur eine kleinere Position, wenn ihr darauf wetten wollt. Aber mit Sicherheit eine gute Absicherung, gerade bei solchen Spielen, wo zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die wirklich sehr, sehr einheitlich sind vom Niveau. Dann kommen wir zum zweiten Spiel, nämlich Paris Saint-Germain gegen Manchester City. Ja, Paris hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn die gegen die Bayern dann im Rückspiel verloren haben. Man City hat auch noch eine kassiert gegen den BVB, aber trotzdem gewonnen. Insgesamt, ihr seht es an der Quote, Man City so ein bisschen Favorit, wobei ich persönlich denke, dass Paris hier durchaus zu Hause auch noch die besseren Chancen hat. Klar, es sind keine Fans im Stadion, aber trotzdem ist es der heimische Rasen, es ist das heimische Stadion. Und jetzt mal ganz ehrlich, Paris hat nicht schlecht gespielt gegen die Bayern, nicht umsonst sind sie auch weitergekommen insgesamt. Die haben Mbappé, die haben Neymar, die haben tolle weitere Spieler und ich glaube, die sind wirklich heiß da drauf. Die haben ja noch nie die Champions League gewonnen und wollen das mit Sicherheit auch. Natürlich Man City auch, aber ich glaube, Paris hat hier durchaus die besseren Chancen. Gerade auch jetzt in diesem Hinspiel. Man City, wie gesagt, gegen BVB ja schon gut gespielt, aber letztendlich glaube ich, dass hier Paris die Nase vorne haben wird. Also gerade wegen den beiden Topstars, die sich da vorne reinwerfen werden ohne Ende, um jetzt endlich mal ins Finale zu kommen. Und ja, ich glaube tatsächlich trotzdem, dass beide Mannschaften gerade Man City sehr, sehr gut verteidigen kann und in dem Fall es dann unter 3,5 Tore bleiben wird. Es wird ja erwartet, dass viele Tore fallen, das sieht man auch an den Quoten. Drei Tore können durchaus fallen, aber unter 3,5 mit einer 1,5er Quote finde ich wirklich richtig, richtig gut. Die Quote dafür, dass hier wirklich zwei Topmannschaften auf fast einheitlichem Niveau starten, die eben auch gut verteidigen können. Und von daher hier glaube ich unter 3,5 Tore durchaus ein guter Tipp. Trotzdem denke ich auch, dass Paris hier wirklich deutlich gewinnen wird. Nämlich so, dass man sogar mit einem Handicap von 0 zu 1 hier starten könnte. Das Ganze, wie gesagt, dann natürlich ein bisschen spekulativer, als wenn man es nur auf den reinen Sieg von Paris wetten würde. Aber tatsächlich glaube ich, dass hier Paris sehr, sehr gute Chancen haben wird. Insgesamt, auch wenn hier insgesamt die Quote für Man City besser wäre, glaube ich auch, dass über Hin- und Rückspiel Paris weiterkommen wird. Wie gesagt, also ich glaube, die sind einfach heiß drauf. Und ich habe schon am Anfang der Champions League Saison prognostiziert, dass Paris auch die Champions League gewinnen wird. Und davon bin ich immer noch der Meinung und überzeugt. Und ich glaube, auch in der ersten Halbzeit wird Paris schon in Führung gehen. Ja, insgesamt, wie gesagt, also ich glaube, vor allem Mbappé und Neymar werden den Unterschied machen. Auch wenn die mal hin und wieder so ein bisschen, ja, mal hier eine Hacke, mal da eine Hacke, Übersteiger und so weiter machen. Ich glaube, hier nehmen sie das Spiel durchaus sehr, sehr ernst. Und insgesamt Ergebnis 2 zu 0. Also kein richtig deutliches Ergebnis, aber trotzdem hier ein 2 zu 0 mit reiner Weste für Paris. Und auch hier würde ich diese Halbzeit-Endstandwette machen, weil hier wirklich zwei Mannschaften auf Top-Niveau sind, die sich duellieren und es durchaus mal sein kann, dass sich so ein Spiel innerhalb der Halbzeiten dreht. Ja, insgesamt würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du mal deinen Kommentar in die Kommentare reinpackst, wie du diese Tipp findest. Gerne auch mal, wie du wetten würdest, was deine Tipps sind. Und ansonsten freue ich mich auf ein wahnsinnig spannendes Halbfinale, zumindest im Hinspiel jetzt hier. Rückspiel wird dann sicherlich auch nochmal spannend, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal da drauf. Lass gerne auch einen Daumen nach oben für dieses Video da und ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Wir sehen uns im nächsten Video nach diesem Hinspiel. Alles Gute, bis dahin, mach's gut.